In der Mitte dieser Zone gibt es ein heiliges Symbol, unerlässlich für die große Reise. Ich muss es finden. Wir sollten direkt ins Zentrum der Verseuchung. Das Symbol holen und alle Flatt, die wir sehen, vernichten. Der Parasit ist kein Pappenstiel. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Also, gefällt mir. So, ähm. Komm, killt den mal schön. Ich... Oh, das geht schnell mit dem Dings. So. Ja, echt, klar. So, ähm. Neues Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Allianz natürlich. Ich... Ja, gut, was soll ich dazu erzählen? Alles, was ich weiß, ist eigentlich ja offensichtlich. Hier irgendwas? Ah, ich kann schneller fahren. Okay. So, ähm. Ich glaube, wir haben hier gerade zwei von diesen komischen Gegnern. Kann das sein? Ah Gott, ist das nervig. Hilfe. Ändert halt ein... Äh, Alter, was soll der Scheiß hier... Hä? Okay, also das, äh, war jetzt irgendwie... Und cool. So, jetzt mach mal Hände da oben, du Elite. Will ich mal das ein bisschen systematischer angehen. Boah, Alter, schießt der nochmal? Was soll ich jetzt irgendwie so ein bisschen scheiße von dir... Los, jetzt... Hallo? Jetzt tu nicht so, als würdest du ihn nicht sehen. Tu nicht so, als würdest du ihn nicht sehen. Soll ich, glaube ich, einen anderen Eliten da draufstellen. Der peilt echt gar nichts gerade. Schau mal, da, da ist ein großer Gegner. Nö, halt nichts. Gar nichts. Gar nichts. Schießt der jetzt mal? Hallo? Boah, Alter. Ich finde das gerade total uncool, was der da oben veranstaltet. Beziehungsweise, dass er gar nichts veranstaltet, irgendwie. So, schau mal da oben. Hallo? Er leckt mich doch im Arsch, einen Moment mal. So. Vielleicht resetten oder sowas, dass er da auch drauf geht. So, jetzt setzt er euch drauf. Naja. Du? Hallo? Ja, guck nicht so scheiße. Jetzt fahr... Gut, egal. Wenn der jetzt auch schießt, ist alles in Ordnung. Ja, schon besser. So, sehr schön. Gefällt mir schon viel besser. Was? Was gehen die Gegner auf den Ghost? Wo ist denn die Gegner auf den Ghost? Okay. Äh, ist ich das gerade richtig? Oder ist das... ...wirklich da irgendein... ...gegnerischer Breath? Ähm, du Scheiße! Toll! Super. Äh. Schöne Scheiße. Oh, diesmal schießen sie auch beide. So, komm, freck. So, sehr schön. Komm, schieß doch. Keine Ahnung, worauf du gerade wartest. Autsch. Komm, schieß. Schieß, hallo. Der kann uns gerade eigentlich gar nichts. Sehr schön. Ein erledigt, zwei fehlen. Okay. Und der Dings da, dieser komische... ...ja, was auch immer, macht das nicht mehr lang. So, einmal auf die andere Seite. Guck mal da, vorne. Äh, nervig. So. Guck nicht so desorientiert. Äh, toll. Das coole Fahrzeug so auseinander. Das nervt gerade. So. Ja, verreck. Ah, toll. Noch irgendein neues Fahrzeug oder sowas. Na, hallo. Mach mal. Sehr schön. So, mir wird das hier jetzt zu wackelig. Ich geh mir hier auf den, äh, Ghost drauf. Wie gesagt, wird mir gerade ein wenig zu blöd. Hallo. Sehr schön. Zieh runter. Uah, ne, 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 hallo. Ah, sehr schön. Geiler Halo Sand und Töck mal wieder. Autsch. Was soll'n der Müll? Uah. Ein Warthog. Uncool. Gefällt mir gar nicht. Gerade. Ja. Ähm, ja, ne. Und so. Ey, alter, verreck. Komm. Sehr gut. Hat sich der erledigt? Panzer. Panzer. Hey. Hey. Da greif ich mir den doch mal. Fühlt mir eigentlich viel besser noch. Hallo. Komm, ihr mit eurem kleinen Warthog da. Ha, niedlich. Ah. Sehr schön. Bums. Ha, da könnt ihr gar nichts. Ah. Bums. Ah, Panzerfahren. Das gefällt mir. Okay. Können wir hier jetzt weiter. Schleichen wir uns mit unserem Panzer lang. Ja, so schnell. Aber egal. Gut, das ist halt Panzerfahren, ne? Ist aber hier ziemlich langsam, wenn man sich das heutzutage so ansieht. Und dann dieses hier. Äh, komm. Ach. Ne. Dacht schon, das wäre ja ein Dings da. Verreckt doch alle, ihr Kleinen. Lustig. Gefällt mir. Komm, halt mal deine Fresse da oben. Hö, hö, hö. So. Ah, richtig schön. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ein Panzer. Hm. Okay. Fahren wir weiter. Oh, hey. So, das war's mit dir. Ha. Geil. Richtig billig. Aha. Ha. Noch einen. Ah, guck mal, da ist noch einer. Komm. Oh, hey. Hey, da unten. Hallo. So, überfahren. Ne, doch nicht. Was? Komm, verreck. Jetzt habe ich ihn aber. So, und weiter geht's. Sehr schön. Dich erledigen wir und euch erledigen wir. Komm. Nur kurz mit dem MG, das sollte reichen. Oh, voll der Schrottplatz hier. So, rechts oder links? Ha, rechts. Komm ich jetzt gerade durch mit dem Panzer, hoffe ich. Oder? Ja. Sehr schön. Nicht gerade das Gefühl, dass das so geplant ist, aber andererseits. Hey, so cool. Ah. Erledigt. Und. Erledigt. So gut, jetzt muss ich mal gucken. Ob ich hier einen Zoom nehmen. Okay, dann einfach mal eine Runde schießen. Schießen irgendwie viel schneller, die Penner. Wow, ouch. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Dann eben. Scheiße. Egal. Macht nichts. Jetzt. So. Na. Komm. Na. Reckst du jetzt. Ich glaube, jetzt ist er. Spätestens jetzt. Warum habe ich das Gefühl, dass es ein Allianz-Panzler ist? Ein Allianz-Panzler, genau. Autsch. Das war jetzt doof. Naja. Okay. Hier kam ich, meine ich, nur zu Fuß weiter. Passt schon. Ich meine, muss ja auch mal langsam weitergehen. So. Kann hier nicht die ganze Zeit hieks in irgendeinem Panzer sitzen. Ah. Schöne Brücke. Naja. Ne. Wie man es nimmt. Oh hey. So. Verreckt alle. Boah. Was war das jetzt für ein Penner? Ne. Gut. Egal. Ich sehe gerade. Wir sind zum nächsten Part wieder. Bei. Halo 2. Tschööö. 사도. . . .